Musik 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 Oh ne, schon schade, das anzeigen Oh, Sekunde Ich bin's gleich da Oh, was willst du Mit deinem Petri, man, du machst da gar nichts An Schaden, man Nee, der will keinen Schaden machen, der will dich runtergrammen Und ich bin noch nicht mehr da und weiß das So, Bretten stehen Ja, man, das ist diesmal recht gut mit das Leben So, ach, da oben haben sie geschützt Oh Oh, Petri Oh Ja, ja, immer noch an die Tore Ey, komm jetzt rein Ich hab grad die Wetten erst mal hingestellt Schade, es ist hier Nein, da haben wir die Schade, die wir die Geschütze hier durchschlagen Ernsthaft, ey Ja, Mann Ich hab noch eine Torex Ich hab noch eine Torex-Beschützung für die Metallrüstung Oh, fuck, mein Torex ist echt tot Die Geschütze hauen gut rein Ja, Mann Alter, wir haben aber hier Bei dem eher rein Fuck, ich häng' fest, ich seh' nicht Oh Die verlieren, Alter Wir müssen gleich zurück, wir müssen diese Wand hier zerstören Ja, klar, machen wir das Lass mal zurückziehen Alter, Alter, Alter Die hatten nicht mal einen AG-Einsucht Baby, kontrollier mal, wer der AG ist Loll Wenn ich mal weiß, wo Warum? Ähm Scheiße, ich hab keinen Rocket Cloud Ich bin nicht mal Ich weiß nicht mal, wo der Tank weg ist Der ist wahrscheinlich Der ist wahrscheinlich Nein, hier kommt noch einer Die haben die Geschütze noch nicht mal auf Kai Der folgt hier Der braucht mal Hilfe Dann haut mal mit hier in ne Runde Dann haut mal mit hier in ne Runde Okay, ein Torex von denen haut mal richtig rein, aber nicht so doll wie meiner In Lützer Also meiner macht hier jeweils immer zu Und da kommen die Ne, das ist mein Bruder, ich würd grad sagen Ey, was sind das für Lützer, ey Abba, tunke Ey, das einzig das Gute ist, das deckt keinen Bisschen Ja, Mann Also ich hatte es doch Doch keine halbe Stunde Oder so Der versucht mich runter zu von Rappen Dann kommen wir ja mal zu uns Ne, ich kann da nicht mehr durch, ob wir nicht leben Wir haben da absolut Irgendwas Das fängt nicht von denen Aber ich sage eigentlich, das ist wieder der Hölle Wir haben hier Viecher von anderen Leuten stehen Das war nicht Von welchen Teil Wurde Ey, ein ganz langer Name To, du, was weiß ich Wo bist du? Ja, da sind irgendwie die Leute Ja, der hat mich gegrabt Ach, wie süß So, kann ich jetzt wieder zu meinen Racks gehen? Oh, ich wollte hier lang gehen Und ich werde einfach runtergegrabt Und die wächst auch Wir haben jetzt fast alle verloren Ey, hol die mal daidorin ande weg Fuck 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 Hier will einer draufgen, Alter Wo rett einer? Ich hab ihn Volkin. Ha! Daneben, du Loppen! Und Schatz ist auf jeden Fall wirklich nur Marcel. Nein! Also jetzt habe ich nur Marcel und so. Der wird dich stecken. Ihr müsst kontrollieren. Geht doch mal weg hier! Ja, ich muss nach... Ist das deren Pronto oder was macht der hier? Ja, ja, das ist deren Pronto. Aber das ist auf jeden Fall die Sto Marcel zu entsprechen. Die ist auf jeden Fall noch ein anderer, weil... Ja, kommt von dir sehen oder so? Ja, Alter, die einsteigern. Ich hab... Schatz, du sehen wir, wenn wir eins von denen mögen getragen. Ja, die haben schon mit den Stein. Ach, David, du kannst da. Ich hab noch 100 Ding. Doch, ich mach nur 777 Scharen. Also erste Serie der Rexe sind noch nicht so gut. Ich hab noch reingefahren. Habt die Betten hingestellt? Wenn sie sich einmischen, die sie selbst schulden kann. Äh, David, bist du doch. David, hast du das hingestellt? Nein, ich fall runter! Okay. Also ich bin eben von der anderen Seite mal rein. Da steht eine große Metallwand, da kommt man nicht weiter. Deswegen... Es werden wir hier... Warte mal, die andere! Die andere ist doch... Kontrolliert mal die andere Seite. Da müsste nur Stein sein. Ne andere Seite ist eine Metallwand. Da kam ich dann nicht mehr weiter. Also Holz, Stein ist da... Kümmer, Schatz, kümmer du dich erst mal um die Geschütze. Hallo, kommt doch mal jetzt hierher, Alter! Ich kann die Geschütze nicht abschießen, Baby! David, wir sind hier immer noch gut so gegangen, dass wir den einen endlich mal downing fliegen. Ja, Marcel ist rausgeflung. Tschö! Ist egal! Wir dürfen weiterwenden. Ja, die anderen sind ja noch da. Jetzt haben eine nicht, ja redet mich los. Achtung, wer ist denn da rein? Ich... a la wa quaaah! Ich schiebe gerade! Ich bin ich! Seid ihr hier mit dem Allenthal? Nein? Warte, warte, macht nicht kaputt! Ich möchte hier oben einen Stein holen? Warte, warte, nicht kaputt machen! Könnte mal einer hier... Den einen Rex! Den zwei! Ja, ich bin gerade bei dem Polymer am Clown! Ja, sag dich doch Schatz! Das sind nicht nur die! Meldet, hol den Atmen rein! Das sind auf jeden Fall nicht die, weil der eine die ganze Zeit mit dem Allenthal ist. Der versuchst auch und das ist nicht Marcel oder so. Ja, ja. Ja, ja. Boah, was gibt's denn hier alles? Ich bin gerade... Munition, Polymer und so... Boah, hier kommt keiner rein! Ja, sag dich doch Schatz! Chemie, Zement, sooo! Genau das, was ich brauche! Mach Screenshot! Mach einen Screenshot, Baby! Tom Lahn, wenn du das noch siehst! Ich hab nur ein bisschen gewinnen, aber es war nicht gerne... Mach Knitten, aber gerne mal in den letzten paar Linden! Ich hab das im Spiel Glück gemacht! Dann ist gut! Oh! Ich sag doch, ey! Es gibt doch solche Posten, die das nicht alleine fählen können! Ja! Habe ich verärgert, aber alles wieder... Aber mir, ganz ehrlich, hätte ich mir jetzt auch scheiße gar nichts tun oder so. Ich mach den... Oh! Ich mach den... Ich fähle nämlich gerne! Stört euch das? Wird mir im Maxilch Hotel kaputt bleiben? Nein! Ganz ehrlich nicht! Dann frag deinem Besten den Atmen! Wer steht morgen, wie er nicht weiten dürfen? Ja! Dann holt mal einer den Atmen dran! Da! Da! Ach du! Ich hab grad sowas zu tun! Alles klar! Da wohnt so älter! Es wär mal schlau, wenn man erstmal hier den Generator ausmacht, ne? Doch da! So! Ja! Nicht der Schatz! Der andere! Ich find das witzig, da... mit nem Petri, da versuch ich mich das nicht falsch irgendwo zu schweißen. Ich hab über 5.000 blöb, da kam ich so auf der Unterricht meist nem Petri älter. 2%! Okay! Ich glaub Stein holen! Ach so! Dann komm mal vorne gleich! Lächeln! Ich kletter jetzt mal hoch älter und hol diesen scheiß Spasten runter älter! Ich fühl grad nur ein bisschen Stein damit jetzt im Moment nicht. Joana, deswegen kann ich zum 63 Grad drehen halt kaum nach hinten mal dann. Das ist natürlich so gut! Wer steht da von rechts? Aber bei uns steht gar nichts. Das ist besser als wenn man hier reiß machen kann. Aber nicht ein großes Ding weiß ich nicht. So! Wir sind jetzt auch noch richtig. Ja jetzt bist du weggekommen als zu deiner... zu deiner Pisser! Ich glaub zum Ding dann hier ist auch noch ein bisschen. Dauert! Ja! Hier kann sich kurz den Adrien einladen. Sich im World Exhibition was das angeht. Ich hab das nicht weggekommen. 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 Ja ja die haben jetzt noch ein P für ein paar Zweifel. Die haben gar nichts mehr. Ja jetzt EFs nehm ich gerne mit. Zementen nehm ich gerne mit. Ich mach hier grade alle leer. Ich hab das nicht weggekommen. Wir greifen jetzt nicht weg. Wir greifen jetzt ein Schränk jetzt weg. So Metall... Also Dave... So Metall... So Metall... Also das sind mit Metallkristall... Lasst das weg... Ganz ehrlich. Das haben sie bei uns auch gemacht. Wir haben uns auch alles abgerissen und so weiter. Ich schmeiß da! So... Ich schmeiß alle Prost! Moin! Er war ganz witzig dran. Der ist sehr... Das ist wegen einer ganzen Base-Vibe, also komplett zerstören. Oh, ich wollte noch runtergegriffen, hui, ich kann fliegen! Wenn wir jetzt eine ganze Base zerstören, ist das nicht erlaubt? Mit der Geschwindigkeit müsste ich mit sehr wenig Leben noch überleben. Nein. Hallo Björn. Oh, dann kann ich jetzt wieder hochgehen, aber... Ja, mich auch gerade. Aber eines muss ich noch sagen. Ähm, drei Geil-Euro sind eigentlich die Einzige. Alter, was ist das? Das ist ein Minigang-Gesprit. Wie ist das, glaub ich, da ist einer dabei. Die haben ja keine Chance. Die haben verloren, Baby. Ja, die haben zwar verloren, aber... Voll krass. Ich bin zu nah an den Geschütze vorbeigelaufen. Die haben verloren, das ist so. Ich bin klar, ich guck mal mit einem Raketen. Nein, ich guck auf die Uhr. Reicht nur 15 Minuten? Nein. Ja, Mann. 15 Minuten. Um die Fragen genau zu sein. Oh, nein. Die Aufnahme läuft, ja. Die haben wohl nicht die Fragen, ob sie die ganze Base zerstören dürfen. Ja, oder? Eier? Ja, dann gut, dass ich das mal reich habe. Deine, der mal reich habe. Max. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020